Willkommen liebe Modellbahner bei X-Tren24, Ihre Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. In den Sommerurlaubs, schönes Wetter, Monaten, was für eine Wortschöpfung, habe ich noch etwas Feines aus unserem Zubehörprogramm für Sie parat. Es gibt ja so kleine, aber feine Modellbahnmanufakturen, die für uns Modellbahner am Tüfteln sind und selbst dann, wenn die Sonne lacht und der See zum Bade ruft. Wie zum Beispiel 3D-Druck und Modellbau Mandau. Ich durfte Ihnen ja schon einiges nützliches Zubehör von dem Unternehmen vorstellen. Ich denke da zum Beispiel an die ECOS, den Halter für die ECOS, Netzteil und Booster. Das waren und sind nach wie vor die absoluten Renner bei uns. Und im vergangenen Jahr kam dann die Unterlage als formschöne Lösung zur Erstellung eines separaten Programmiergleises oder Testgleises an der eigenen Anlage am Fahrpult oder einfach zum Abstellen auf dem Schreibtisch dazu und das Ganze in Nenngröße H0. Ja, und dann standen schon die Fettnäpfchen wieder parat. Oh, Ton vieler Modellbahner. Och, immer die H0-Bahner, für die gibt es immer was Neues und vieles. Für die TT- und N-Bahner gibt es das nicht. Recht haben Sie, es stimmt. Das sollte sich nun mit der heutigen Präsentation ändern. 3D-Drucken und Modell-Warmandau reagierte prompt auf unseren Hilferuf. Wir haben jetzt für Sie brandneu auch dieses Programmiergleis, diese Halterung für die Spur TT und N vorrätig. Und die habe ich Ihnen mitgebracht und werde sie Ihnen jetzt einfach kurz vorstellen. Im Basisset TT mit der Artikelnummer XSF66 enthalten sind jeweils ein linkes und rechtes Randstück mit dem passenden Tillich-Bettungsgleis. Das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Und es ist nicht nur das Bettungsgleis, sondern es ist auch gleichzeitig ein Gleis dabei. Ich halte es mal in die Kamera. Als Anschlussgleis ausgelegt, sodass Sie also auch hier die Litze anlegen können. So, wie machen wir das? Basisset habe ich hier. Das darf ich Ihnen nicht verschweigen. Dazu gibt es ja immer diese kleinen Verbindungsblöcke. Die sind jetzt hier unten integriert, sodass Sie also auch wirklich nicht verloren gehen können. Ich weiß, von was ich rede. So, die gehen ziemlich stramm raus und werden dann hier am Ende einfach reingeschoben und hier zusammengefügt und schon ist das Basisset fertig. Was sehen wir noch? Die Prellböcke hatte ich Ihnen genannt. Dann haben Sie hier solche Stege stehen mit kleinen Bohrungen. Und das ist für die Verschraubung der Gleise gedacht. Apropos Verschraubung. Natürlich sind 1, 2, 3, 4 Stege. Also gibt es auch 4 Mini-Schrauben dazu, damit Sie gleich das Gleis entsprechend verschrauben können. Ich demonstriere Ihnen das nochmal kurz, wie das funktioniert. Also wie das hier zusammengeschoben wird, habe ich Ihnen gezeigt. Dann nehmen Sie einfach dieses Tillich-Bettungsgleis. Wenn jetzt die Frage nochmal kommt, ist im Lieferumfang enthalten. Wird hier in die vorgefertigte Rinne gelegt und einfach so lange geschoben, bis es hörbar knackt. Dann ist es hinten im Prellbock drin. Zack. So war es. Und dann ist es auch schon fest. Und das Gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Wird auch in diese vorgefertigte Rinne, ist wirklich sehr passgenau für dieses Tillich-Gleis ausgelegt. Zack. Und schon ist es drin. Und wenn Sie jetzt diesen Verbindungsblock schon drin haben, brauchen Sie nur noch ein bisschen festhalten, zusammenfügen und schon ist das Basisset betriebsbereit. Hier kommen dann entsprechend die Kabel raus, die Sie natürlich vorher an das Programmiergleis angelötet haben. So, machen wir mal die Probe aufs Exempel. Denn es hieß ja, eine Kupplung, die verschwindet hier drunter. Ich muss das mal in die Nahkamera halten, damit wir das auch sehen. Ich habe eine TT-Lock mitgebracht und gesagt wurde, dass die Puffer hier an diesem Prellbock anschlagen. Und das macht es auch hörbar. Zack. So, es ist tatsächlich so, maßgenau gefertigt, dass die Puffer, dass die Kupplungen unterhalb des Prellbocks in diesem Schacht verschwinden und nicht beschädigt werden. So sieht es aus, liebe Freunde. So, nun gibt es natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, das ist mir zu kurz. Ich brauche ein etwas längeres Teil dazu. Natürlich gibt es auch das Ergänzungsset dazu. Das wird ebenfalls mit einem Tillich-Bettungsgleis geliefert. So sieht das dann aus. Und auch hier unten drunter auf diesem Erweiterungsteil ist dieser Block wunderbar drin integriert, sodass also nichts verloren geht. Hier sieht man es. Raus nehmen. So, dann muss ich nur noch das... Upsala. Geht doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. So, dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Hinein, Onkel Otto. Also, auch hier nochmal hinein. So. Dann lege ich hier das Gleis auf. Füge hier den Verbindungsblock rein. Schiebe das Verlängerungsstück so rum dran. Drücke das Gleis dagegen, bis es hörbar rastet. Und auch hier wird das Gleiche wie eben. So schnell hat man also sein Basisset erweitert, liebe Freunde. Und schon passen hier größere Lokomotiven oder auch Triebzüge drauf zum Programmieren. Ich finde es also eine sehr elegante, tolle Lösung und vor allen Dingen deswegen auch so toll, weil alles dabei ist, was Sie brauchen. Die Gleise sind dabei, die Verschraubungen sind dabei, auch für das Erweiterungsstück. Die beiden Schräubchen werden mitgeliefert. Dann kann ich immer nur sagen, Herz, was willst du mehr? Hier hat mal einer richtig mitgedacht. So, dass Sie, wenn Sie das von uns geliefert bekommen, auch sofort verwenden können. Ich finde es also eine tolle Lösung. Wie gesagt, ob an der Anlage, auf Ihrem Schreibtisch oder auch sonst wo, so sauber und toll kann es aussehen. Wie gesagt, den Prellbock-Test haben wir gemacht. Die Kupplung verschwindet tatsächlich drunter. Also das Produkt hält, was es verspricht. Und das Gleiche gibt es natürlich auch für die N-Bahner. Das war ja auch Sinn und Zweck der Übung. So, für die N-Bahner haben wir ebenfalls das Basisset mit dem dazugehörigen Verbindungsblock. Ich mache ihn nochmal aus. Geht bei dem Teil ein bisschen stramm, aber das ist vielleicht auch ganz gut so. So, bei diesem Basisset gilt das Gleiche, was ich eben auch für die Spur TT gesagt habe. Sie haben hier diese Befestigungspunkte für die Schienen. Sie haben die wunderbar gefertigten Auflagen für das N-Bettungsgleis von Cato, was ebenfalls mitgeliefert wird. Ja, das N-Gleis wird entsprechend mitgeliefert. Auch hier gilt, lange Schiene, bis es knackt. Zack. Und schon ist es drin. Es fällt hier nichts mehr raus. So, und das Gleiche auch für die andere Seite. Wird als Bettungsgleis eingelegt. Wird geschoben, bis es knackt. Und schon ist auch hier das Gleis schon drin. So, dazu gibt es, wie gesagt, die Schrauben und das mitgelieferte Verbindungsstück, was ebenfalls hier unten im Endstück drin ist. Dann kann man das Ganze zusammenfügen. Und schon ist das Basisset fertig. Jetzt werden Sie sagen, dir fehlt doch was. Klar, für dich. Ich erspare mir jetzt aber das Auspacken des Anschlussgleises von Cato. Das ist nämlich genau diese Lücke, die hier drin fehlt. Die Verpackung wollte ich jetzt nicht aufreißen. Aber Sie wissen schon vom Prinzip her, wie das funktioniert. Gleis dazwischen, Kabelchen dran, rausgeführt und fertig ist die Laube. Und natürlich zum Schluss auch mit den Schräubchen, mit den mitgelieferten Schräubchen, auf dieser Unterlage fest verschrauben. So, und auch für die Spur N-Bahner habe ich natürlich eine Lokomotive mitgebracht. Klassiker. Den Lokklassiker. Und auch hier den Beweis anzutreten. Ich halte jetzt mal die Kamera. Zack. Sie hören also, die Puffer schlagen dagegen. Und die feine Kupplung läuft unter dem Anschlagstück durch, sodass also die Puffern, sollte die Lok sich mal selbstständig machen beim Programmieren, im Pufferbereich nicht beschädigt wird. So, auch dafür gibt es ein Erweiterungsstück. Das ist ja klar, wie auch bei der Spur TT oder H0, je nachdem, welche Spur Sie fahren. Und das funktioniert hier genauso, wie eben gesagt. Auch im Erweiterungsstück ist ein Gleisstück mit Befestigungsschrauben und Bettungsgleis von Kato schon mit drin im Lieferumfang. So, dann auch hier an der Unterseite dieser Unterlage ebenfalls dieser Verbindungsblock. Wie gesagt, geht ein bisschen stramm, aber es geht. Den Sie dann entsprechend nur noch einfügen müssen. So, dann wird das zusammengeschoben und schon haben Sie für Ihre Spur N-Fahrzeuge ein längeres Gleisstück zur Verfügung. Das ist die ganze Kunst und Herrlichkeit. So, und nun wünsche ich allen TT oder N-Bahnern viel Spielspaß mit den von mir heute vorgestellten Produkten, nützliche Produkte, wie ich finde, für die Programmierung Ihrer Fahrzeuge. Ja, und unter der Rubrik Wir erschaffen Ordnung auf unserer Website von Xtremen24 finden Sie das komplette Programm von Mandau, 3D-Druck und Modellbau. Also stöbern Sie ruhig ein bisschen da mal durch. Wenn Sie gerne Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues für Sie im Angebot haben. Über ein Like, Abo und Kommentar auf unserem Kanal freuen wir uns natürlich auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.